Musik Nummer 16 うん idi e i ma e e e a e e e e e e e e Vielen Dank, meneer. Schön. Was schön. Wie machen Sie das eigentlich? Das ist bloem und boekweid. Okay. Melk natürlich. Wir benutzen auch melk. Okay. Und speltblom. Okay. Speltblom. Okay. Speltblom. Wir nehmen noch eine bloemsooid aus der Böcke. Ja. Ich nehme das noch ein bisschen. Ich nehme das noch ein bisschen. Und dann boter und suiker drauf, he? Ja.